Ich habe einen ganzen Moment jetzt nicht mehr gespielt gehabt, aber ich denke mal ich weiß wo ich war. Ich sollte nämlich zum Piratenkönig gehen. Jetzt gerade nochmal die Maus checken. Und... Okay, das waren die Hauptfunktionen. Verzieh dich, du hast beim Boss nichts zu suchen. Oh doch, ich will ihn zu einem Duell herausfordern. Also halt die Schnauze und lass mich rein. Sofort. Höflich, aber bestimmt. Paar, noch einer. Komm schon rein. Wir können was zu lachen gebrauchen. Na dann wollen wir doch mal. Shake-up-Piraten-Chef. Captain, meine Männer sagen, ihr fordert mich zum Duell heraus. Für wahr, ich sage, ihr seid eures Amtes nicht würdig und müsst abgelöst werden. Nach alter Sitte fordere ich euch daher zum Duell bis zum Tod heraus. Jo. Ah, der Nächste. Ihr seid der dritte lebensmüde Idiot in diesem Monat. Wisst ihr das? Aber nun gut. Noch eine Klinge für meine Sammlung. Agorans ist ungesund, sagt man. Fangen wir an. Habt ihr eure Meinung geendet? Wir wissen noch... Doch, niemand hat je länger als eine Minute gegen mich durchgehalten. Ich muss gar nicht länger durchhalten. Ich werde vor Ablauf dieser Minute... Ach, ihr werdet vor Ablauf dieser Minute schon tot sein. Ja, ich wäre ja dann... Ähm... Naja. Ich würde erstmal Waffe ziehen. Und... Man kann ihn ja mal ein bisschen abschießen. Viermal ist zwar ein bisschen... Ähm... Was zum... Okay, also... Irgendwie lief das gerade nicht so gut wie gedacht. Ähm... Hab ich jetzt... Nö. Okay. Hey, die haben einfach meine... Hm. Naja. Ach ja, ach ja. So. Okay, das Problem ist einfach, ich hab echt länger nicht mehr gespielt. Und, ähm... Deshalb... Muss ich jetzt mal gucken, wie ich da gerade wieder reinkomme. Hm. 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 Ich hab keine Ahnung, wie viel Leben ich dem da gezogen hab. Im Endeffekt. Das ist die Frage. Ich bin mir grad echt nett... Hm. Ich bin mir grad echt uneins, was da jetzt gerade schiefläuft. Läuft. Nein, das war's nicht. Genau. Mit einem Schaden von 22 bis 26. War das das... Stärkste? Ja. Das Tablett 12 bis... Hm. Hm. Ich hab hier schon die beste Ausrüstung. Fechten hab ich auch. Zehn Punkte durchgehen. Das ist zehn Punkte weg. Und dann... Ähm... Ist es wohl echt so, dass ich hier... Moment. Optionen. Äh... Kampfsteuerung. Vorwärts, rückwärts, zeitwissen, nöchsten, rennen, ah... Abwehren, Leertaste. Parieren, Hof, Rundumschlag, wilder Angriff, SV, Finte. Oh, nöchsten, fünnen. Ähm... Parieren ist... Hm. Ähm... Hm. Hm. Ja, okay. Am besten... Weiche ich dann einfach aus. Einfach weil... Musik mal aus. Langsam hier. Nee. Ich muss da weg. Ich muss da weg. Ja, genau. Das bringt's jetzt echt. Hm. Jetzt... hatte ich ihn fast. Aber auch nur fast. Hm. Hm. Ich bin mir echt... Ähm... Irgendwo konnte ich den doch... Wo war denn? Moment, Moment, Moment. Seelsteuerung an Land. Nee. Abwehren. Abwehren. Ist Leertaste. Parieren. Äh... Parieren. Ach Gott. Auf was lebe ich denn? Parieren? Ähm... Boah. Was ist jetzt? F? Das wäre eine Möglichkeit. Ähm... Mit F parieren wäre... Ja. Auf jeden Fall eine Möglichkeit. Muss ich nur... dran denken. Ah, ah... NGH. Ein wirklich schönes Schlusswort. Ich hab ihn geschafft. Das war jetzt... Zwei mal pariert und... Oh, dein Ruf unter Piraten hat sich verbessert. Auf Held. Kolonie England, Frankreich, Spanien, Holland. Schrecken der Meere. Gegenstand verloren. Ich hab jetzt hier das Sagen. Ist das ein Problem... Ist das für euch ein Problem? Nein, dachte ich es mir doch. Hört sich... Hört mich an und erzählt es allen weiter. Ich lade allen freien Kapitänien dazu ein, in zwei Wochen zu einem Treffen bei mir zusammenzukommen. Ich werde euch nicht sagen, warum ich dieses Treffen anberaume. Doch vertraut mir. Ein wichtigeres Treffen hat es noch nie gegeben. Das Treffen wird hier stattfinden. In meiner neuen Residenz. Was hab ich für Gegenstände verloren? Das muss ich doch grad mal gucken. Die Karte habe ich noch. Ähm... Was hab ich denn hier? Piratenzeichen. Ich glaub ich hab irgendwas... Pirat, Schmuggler... Hm. Allmässigkeit. Ah Jaja... Naja... Absolutes Minimum... Auswertes Minimum... Auswertes Minimum... Auswertes Minimum... Ja... Das sind eben jetzt die... Gefangenen... und das ist angefangen kann man auch frei wenn wir schon dabei sind dann können wir auch alle freilassen von daher das war's jetzt nur noch gefährten und der hier ist ach das ist mein wahrscheinlich mein spezi fürs schiff glaube ich zu müssen sturmdeuter kanonier das ist ja überhaupt ach das kann doch nie okay na dann mit gleichmäßigen bewegen hat das spiel ist immer noch nicht irgendwie raus aber hey solange es funktioniert will es eben ein bisschen hier geht's doch schon wieder dann sollte ich vielleicht mal mit meiner lieben schwester reden wenn er ist da gut dann gucken wir mal ins logbuch was da jetzt steht es ist doch ganz unten wieder sind alle erledigt okay da wäre es doch okay moment ganz ach nee ganz oben ist der kreer hat einen namen von ehre gemacht mit wem aus seinem markt ist ich den platz eingenommen habe ich einen freien kapital sie sollen in etwa zwei wochen eintreffen dann sollte ich wohl für das erste mal in der nähe bleiben und ich denke mal das wird kein problem da habe ich sowieso für schiffe habe ich eigentlich moment wie gesagt ich habe länger nicht spielt eine brick dann werde ich wohl die corvette und die brick verkaufen weil ich eine fregatte noch habe dann habe ich auch wieder genug platz für die schiff alles geschlossen verdammt dann würde ich doch mal sagen schlafen wir nochmal kontrollieren noch mal ob was auf den schiffen drauf ist nicht dass ich das dann mit verkaufe das wäre natürlich blöd naja was darf sein captain das mit dem flur da gibt es einfach da kommt man direkt unten in der kneipe raus nun denn dann war laden ja hier genau die besten waren zum sportpreis ok nur sklaven ja und die sind natürlich hier noch voll beladen die schiffe habe ich dir nicht verkauft klanken die behalte ich ob das noch die über noch überreste sind ich weiß es nicht noch mal hier den ganzen kram das geld können wir ja gebrauchen klar sind jetzt schon 360.000 aber naja kann ja immer noch mehr gebrauchen 20.000 von warte mal wieviel planken hatte ich denn hier die stehen ganz oben ja planken 1900 ach die reichen ja locker die 5000 die kann ich auch verkaufen das hier planken der hat eh genug planken drauf gut ein ne die sklaven behalte ich dann doch lieber ja ja was können wir denn ja planken hm hm woher verkaufe ich noch äh planken moment man muss ja auch noch irgendwas aufladen können da ist der laden voll wohl naja ist ja egal dann werde ich jetzt mal gucken ob ich vielleicht noch ähm was verschieben kann verwalten dann okay dann hm